Wie ist es möglich, wenn man mehrere Jahre hintereinander kommt, einen Roller zu kaufen? Wenn ein Roller sich kauft, dann kann man das nur machen, wenn man von der Immigration auch eine Bescheidigung bekommt, die Wohnsitzbestätigung bekommt. Und da gehen wir jetzt mal rein und fragen nach, ob da die Möglichkeit besteht, für Urlauber eben halt hier einen Roller zu kaufen. Aber sie sind hier nur auf dem Roller zu kaufen. Ich weiß, dass man normalerweise ein Roller zu kaufen muss, aber ist es möglich, dass er es in einem Green Book kaufen kann, und die Freundin von ihm ist die Tie, und die Insurance geht bei der Tie. Ist das möglich? Usually, you know, they can do with, on her name. All together. All together. Also in the Green Book. Yes, they can do with the, if she trusts her. No, he don't trust her. Okay, if she don't trust her. So, when did he want to buy her? When you come here for one month, you must have no visa, because it's allowed to stay one month here. Yeah, they have to do more than three months, I think. Again the question. When he stay only with a tourist visa? Tourist visa one month, right? Yeah, one month. He cannot make me visit her for one month. You cannot make, he cannot buy a scooter. No, I think three months only. Okay. Three months. Three months. Six months. Zusammenschließend kann ich also sagen, dass diejenigen, die hier mit einem Touristenvisum reinkommen, für vier Wochen also, ein ganz normales, die können also keinen Scooter kaufen, weil sie keine Bescheidigung, keine Wohnsitzbestätigung vom hiesigen Immigration bekommen. Die braucht man, um das Ganze abzuwickeln für die Versicherung und auch ins grüne Buch eingetragen zu werden. Wenn man länger hier bleibt, also bis zu drei Monaten, dann ist es sehr wohlmöglich, weil man ist ja auch bei der Immigration gemeldet. Dann bekommt man auch dementsprechend das Schreiben und dann wird man im grünen Buch eingetragen. So, sollte da noch zu Fragen sein, könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren eintragen. Und die einen oder anderen, die können bestimmt dazu noch eine Antwort geben. Ansonsten verabschiede ich mich hier. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Vielen Dank.